Wir schalten nun in den Meraner Kursaal, wo derzeit die Sportgala 94 mit den erfolgreichen und bekannten Südtiroler Sportlern über die Bühne geht. Unsere Moderatoren sind Günter Heidegger und Gernot Musner. Musik Meine Damen und Herren, Sie haben sie sicher schon erkannt, die Melodie im Hintergrund, das war die Olympia-Vanfare von Lillehammer. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur Sportgala 1994. So, meine Damen und Herren, ich glaube, wir haben uns eine kleine Pause verdient, nicht nur wir im Saal, sondern auch Sie zu Hause vor den Bildschirmen. Dieses kleine, dieses kurze musikalische Intermezzo wird jetzt ein junger Musiker bestreiten, der normalerweise mit der Gruppe Westbound unterwegs ist, heute einmal ausnahmsweise Solo und das gleich als Double des legendären Freddie Mercury live, wohlgemerkt. Viel Spaß mit Robert and the Smiling Shadows. It's a kind of magic It's a kind of magic It's a kind of magic A kind of magic One dream One dream One song One prize One gold One gold One gold glass Of what should be It's a kind of magic One shine Of light That shows the way That shows the way Hope It's a kind of magic One love One love One love One love You love One love One love One love They will talk of Sanofi It's just a kind of magic It's a kind of magic That can't be only one This wrench that lasts a thousand years Will soon be done This flame that burns inside of me I'm hearing secret harmonies It's a kind of magic The band that rings inside your mind It's challenging to doors of time It's a kind of magic It's a kind of magic This wrench that lasts a thousand years Will soon be, will soon be, will soon be done Is this a kind of magic? That can't be only one This wrench that lasts a thousand years Will soon be, will soon be, will soon be done Magic It's a kind of magic It's a kind of magic 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 Fl각 Vielen Dank.